Noch lässt sich vom Schloss Marienburg zumindest der Innenhof besichtigen. Auch das Café hat geöffnet. Die Frage ist, wie lange noch? Das niedersächsische Kulturministerium will das Schloss bis 2030 mit Mitteln in Höhe von etwa 27 Millionen Euro sanieren. In dieser Zeit sollen die Museumsräume im Süd-, West- und Ostflügel geschlossen bleiben. Für Kulturminister Falco Mors ist die Entscheidung alternativlos. Um den Zustand des Gebäudes zu prüfen, habe man mehrere Zimmerdecken öffnen lassen. Dort ist eben festgestellt worden, dass jetzt in drei Flügeln der Marienburg wirklich ganze tragende Balken einfach weg sind, weil der Hausschwamm sie einfach komplett zersetzt hat. Der sogenannte echte Hausschwamm. Ein Pilz, der bei Feuchtigkeit wächst und Holzbalken nach und nach zersetzt. Deswegen haben die Baufachleute in ihrer Stellungnahme gesagt, die Standsicherheit dieser drei Flügel ist eben nicht mehr gegeben, insbesondere dann nicht mehr gegeben, wenn durch Besucherinnen und Besucher Bewegung eingetragen wird. Christine Fiedler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim und begleitet das Projekt Marienburg 2030. Sie erklärt beispielhaft an einem 3D-Druck, wie die Struktur von Holz durch den Hausschwamm bedroht wird. An diesem Modell sieht man ganz schön, wie viel Luft sozusagen grundsätzlich von Natur aus schon im Holz vorhanden ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Pilz, also diese dünnen Bereiche, die Zellwände noch weiter schwächt, ist relativ schnell klar, dass die gesamte Struktur des Holzes auf diese Art und Weise stark und auch recht schnell geschwächt werden kann. Geht es nach dem Kulturministerium, soll die Gastronomie im nicht gefährdeten Nordflügel von Schloss Marienburg auch während der Erneuerung geöffnet bleiben, nicht aber die Museumsräume. Ein Vorschlag, der vor Ort nicht gut ankommt. Nikolaus von Schöning betreibt das Schloss privat, seitdem Erbprinz Ernst August von Hannover das Baudenkmal in eine Stiftung überführt hat. Er sieht sein Unternehmen in seiner Existenz bedroht. Das Angebot allein, die Museumsgastronomie zu betreiben, das Museumscafé, ist im Grunde ein vergifteter Apfel, denn wenn wir kein Museum haben, haben wir auch keine Museumsbesucher und niemanden, der einen Kaffee trinkt. Das bedeutet, wenn das Ministerium seine Agenda durchführt und tatsächlich das Museum langfristig, und bis 2030 nenne ich langfristig, schließt, dann werden wir unser komplettes Unternehmen hier schließen müssen. Das heißt, die ausgesprochenen Kündigungen werden bleiben. Wir werden 73 Mitarbeitern den Job kündigen. Die werden ihn verlieren. Viele der gekündigten MitarbeiterInnen halten die Pläne des Landes für unnötig drastisch. Sie kämpfen in einer Petition dafür, Teile der Räume auch während der Sanierung offen zu halten. Tatjana Pohl ist als Schauspielerin am Schloss Marienburg angestellt. Für sie lassen die Erläuterungen von Land und Region viele Fragen offen. Also erstmal wäre es wirklich schön zu wissen, welche Teile des Schlosses sind denn wie stark sanierungsbedürftig und betroffen. Dass da irgendwo ein Schwamm im Gebälk ist, das ist klar. Der ist aber auch in unserem ganzen Dach, in all den 160 Räumen nicht gleichzeitig stark vorhanden. Und es wäre einfach wunderschön, wenn sich einfach alle Seiten zusammensetzen würden. Das sei in der Vergangenheit nicht ausreichend passiert. Dabei werfen sich beide Seiten fehlendes Interesse an einer gemeinsamen Lösung vor. Noch hoffen die MitarbeiterInnen auf einen Kurswechsel in der Sanierung. Dass das Kulturministerium seine Pläne ändert, scheint momentan aber nicht realistisch.